Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ARK. Und Leute, ich würde sagen, zum Anfang hin zeige ich euch, wie ich meine Dinos benannt habe. Denn ihr durftet zwei von meinen hübschen Dinos benennen. Und zwar einmal den Jebby und den wunderschönen Dilophosaurus. Und ja, hier haben wir die beiden. Den einen habe ich Leo genannt, vorgeschlagen von Nation. Des Weiteren haben wir hier Purple, vorgeschlagen von Yanqing. Und ja, diese beiden Dinos dürftet ihr benennen. Ja, der eine ist jetzt nicht wirklich ein Dino, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, ja, Mugi geht es auch noch gut. Und ja, jetzt eine Kleinigkeit, die irgendwie komisch ist. Denn, ja, ihr seht es richtig. Mein Parasaurus Ducky ist irgendwie weg. Ich habe mich eingeloggt und ja, Ducky ist weg. Also ich hatte ihn Essen reingetan. Es müsste ihm eigentlich gut gehen. Ich bin auch hier so schon ein bisschen rumgelaufen, aber irgendwie ist er nicht mehr da. Naja, aber trotzdem habe ich noch einen neuen Dino. Ja, nicht wirklich einen neuen. Ihr habt da gesehen, der Dino Juchos. Ja, der Name ist falsch ausgesprochen. Ist egal. Der Dino Juchos ist ja in der letzten Folge am Ende ausgeschlüpft. War noch ein Baby. Aber jetzt, Leute. Guckt mal, was da oben auf dem Dach ist. Komm mal her, mein hübscher Dino Juchos. So, ruhig, ruhig, ruhig. Richtig, ruhig, ruhig, ruhig. Warte, 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 warte. Ich zeige ihn euch, ich zeige ihn euch. Schrift weg. Da, Leute. Ist er nicht schön. Guckt ihn euch an, Alter. Er ist wunderschön. Und ja, für den dürft ihr auch sehr gerne einen Namen vergeben. Schreibt einen Namen in den Kommentaren. Ich suche mir einen Namen raus. Und werde ihn in der nächsten Folge binden. Aber er ist wunderschön. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch gar nicht so richtig mit den Viechern gekämpft. Also, ich weiß gar nicht, was sie so drauf haben. Werden wir auch gleich mal gucken. So, dann, ähm, hier lagten auf jeden Fall viele Rucksäcke rum, weil hier so ein komischer Känguru war, der gebrannt hat. Da hinten ist er noch. Da hinten läuft er noch. Er hat alles getötet. Also wirklich alles. Entweder er war das oder die ganzen Dilophosaurus. Auf jeden Fall. Ich habe guten Stuff bekommen. Hier, ihr könnt es sehen, Alter. Das alles habe ich bekommen. Einfach so ein bisschen geklaut. Rucksäcke geklaut. Die Stars, ihr kennt es doch. So, aber ja, die, die Pelzausrüstung, das ist noch nicht so ganz meins. Deswegen ziehen wir jetzt erstmal hier Lader an. Hier, das habe ich auch noch. Und, ja, hier Pfeile habe ich. Armbrust. Oh, die habe ich noch gar nicht gesehen. Armbrust habe ich. So, ich habe hier sechs. Eternal Carbon Poison Arrow. Und ich habe Eternal Poison Arrow. Normal. Okay. Dann die hier noch. Aber die kann ich noch nicht benutzen. Was haben wir hier? Immortal Eternal Ciccler. Ja, hier, komm. Hier tauschen wir. Ja, gut. Dann die Picke. Ich habe eine neue Picke. War das eine normale? Es ist eine Prime Metallspitzhacke. Nice. Okay, ansonsten. Ja, ist hier nichts, oder? Taming Potion. Die kann ich auf jeden Fall noch benutzen. Ein Schwert. Auch nicht schlecht. Und, ja, ich ziehe als allererstes die hier mal rein. Ich ziehe als allererstes die hier rein. Okay. Die anderen gehen nicht. Gut. Sieben Schuss. Aber ich habe ja noch mein Speer. Heute wird auf jeden Fall was gezähmt. Auf jeden Fall. Okay, aber als allererstes, wir probieren mal meinen Dino Jochus aus. Und, ja, meine Hütte, die, ja, die, wie gesagt, die lasse ich erst mal so. Ich werde heute vielleicht noch ein bisschen was reinbauen, aber mehr auch nicht. So, rein da. Okay, als allererstes, was? Mugi, Alter. Äh, was kann er denn so? Rechtsklick. Ja, okay, linksklick. Nice. Okay. Ähm, C. X. SDAG. Okay. Des Weiteren weiß ich, die Dinger können irgendwie so gleiten. Kann das sein? Warte, ich... Und an den Wänden hochklettern. Ich glaube, das kann er auch. Ich gehe mal kurz. Jo, das kann er. Er kann nicht hochklettern. Ach, stimmt. Er konnte sich doch an, äh, großen Dinos auch ranklammern und sie auffressen. Geil. Gut. Und, ja, jetzt gucken wir mal, wie stark er ist. So. Ich würde sagen, wir packen uns... Uh, aufpassen. Den, äh, Stegosaurus. Habt ihr gerade gesehen? Was bedeutet das? Leertaste? Ah, geil. Hier, das meine ich. Guckt, jetzt kann ich ihn fressen. Digger, er zieht 421 ab. Er ist stark. Ey, ich finde das wie voll geil. Ey, das ist voll geil. Habt ihr das gesehen? Ey, die gefallen mir. Ich habe noch nie mit denen so richtig gespielt. Ey, wie geil. Ich muss noch ein... Ich muss auf jeden Fall noch ein Dino suchen. Ey, das war ja mega, Alter. Ähm, ja, der Triceratops da vorne. Ich glaube, der ist zu stark. Kann er sein? Ich glaube, ich glaube, der ist ein bisschen zu stark. Ich ha... Ja, okay. Ich lasse ihn lieber. Der hat auch schon Zähmung. Äh, ich lasse ihn noch. Den werde ich mir irgendwann holen. Uh. Ruhig, ruhig, ruhig. Heranwachsender Jabua. Der will ich haben. Man kann nie genug Jabis haben. Die verliert man aber so schnell in den Rasen. Oh, ich höre eine Melodie. Oh, ich höre eine Melodie. Ja, okay. Ich habe ihn, äh, getötet. Habt ihr es gesehen? Nein, ihr habt es nicht gesehen. Wie, wie... Wir tun so, als wäre nie was passiert. Äh, komm. Wir müssen woanders hin. Und ich level dich natürlich. So. Oh, fünf Level bekommen. Digga, wo hast du den Shit her? Meins. So. Waffen und Ausrüstung habe ich jetzt noch rübergezogen. Ich mache bei ihnen Nahkampf nochmal hoch. Dein Leben finde ich eigentlich ganz gut. Achttausend ist doch eigentlich ganz... Ist ganz gut. Ist ganz gut. So, weg damit. Den will ich nochmal haben. Leute, den will ich nochmal haben. Der sieht schön aus. Den habe ich gerade noch so aus dem Augenwinkel gesehen. Aber... Er leuchtet? Nein, das ist kein normaler. Das ist kein normaler. Mist, ich sterbe. Nein. Das ist ein... Nein, das ist ein Alpha. Das ist ein Alpha. Oh nein. Dein Ichuchus, bitte überlebe. Nein. 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 Leute. Ich dachte, es wäre normaler. Komm her. Komm her. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm her. Alles gut. Alles gut. Wo ist der Dilophosaurus? Nein. Nein, ne? Nein, ne? Legen Sie Nahrung rein. Alpha Dilophosaurus. No way. No way. Ich muss kurz überlegen. Erst mal hier. Schöne Picke für dich. Wo war der? Ich mach nochmal kurz ein bisschen mehr. Ja, Leute. Ich weiß. Narkosemittel, die Stars. Ich weiß es doch. Zack. Hu, hu, hu. Steh auf. Steh auf. Los, mein Kleiner. Ich habe einen Alpha Dilophosaurus. Alter, Leute. Guckt euch diese Bestie an. 608 Level. Alpha Dilophosaurus. Mein erster Alpha Dinosaurier. Nice. Ähm, ja. Ich kann ihn natürlich gleich schon reiten. Ich hätte es nicht damit gerechnet, dass er irgendwie einfach mal hier down liegt. Weil eigentlich kann man die Alpha nicht so zähmen, ne? Ihr wisst das selber. Aber anscheinend geht es hier. Leben. Ja. 56.000 Leben. Mensch. Kann man mal eben so machen, ne? Das kann man mal eben so machen. Ähm. Ich möchte ihn eigentlich jetzt schon gerne ausprobieren. Komm. Mein Dino Juchos, der folgt mir. Ich werde jetzt, äh, diesen Dilophosaurus ausprobieren. Digga, allein wie er läuft, Alter. Ja, er ist übelst schnell. Ja, ich bin nackig. Ich weiß. Ich muss ihn mal kurz anziehen. Leute, diese Boss-Melodie, ne? Die ist immer ein bisschen laut in Art, ne? Da drüben ist irgend so ein Tech-Stegosaurus. So, mal sehen. Zack. 700. 700. Ganz stark. Okay, nicht schlecht. Nehme ich mit. So. Ach so. Ja, was kann er denn überhaupt? Rechtsklick? Linksklick. C, X, S, D, G. Ihr wisst doch selber. Und er kann springen. Hier ist glücklich. Okay, ähm. Da ist er doch. Der Part. Ne. Das ist gar kein. Alter, ein Prime-Alpha-Dodo. Hm. Ich möchte ihn schon irgendwie gerne töten, ne? Aber ich denke mal, der geht mir eigentlich einen Schlag und nicht mehr tot. Deswegen lasse ich es. Oh, mein Alpha-Dilophosaurus hat schön Level bekommen. Nahkampf. Alter, die Dinos verlieren so guten Stuff, ne? Ich habe auch eine, äh, Upgrade-Station drauf. Da kann ich schön meine ganzen Sachen mal zerlegen, die ich so bekomme. Okay, wir gucken mal, ähm. Da, nochmal ein Parasaurus. Rechtsklick. Und da vorne sind Buschmenschen. Zack. Drei. Okay. 840 zieht er ab. Okay, okay. Das ist schon mal gut. Ähm. Ich möchte aber. Ich möchte ein paar Buschmenschen haben. Weil. Ich fühle mich schon ein bisschen alleine. Also, nur mit Dinos ist ein bisschen blöd. Das ist ein normaler. Das ist ein normaler Dilophosaurus. Den töte ich jetzt einfach mal. Digga, einmal. Und er ist, äh. Okay. Nicht, 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 nicht. Alles gut, hier. Alles gut. Ich will euch nicht töten. Digga, ich habe ihn einmal gebissen und er ist down. Er ist auch eine kleine Tupo-Maschine. Oh, diese Melodie, ne? Ah, pass mal auf. Ich, ich. Soll ich meinen Dino? Ne, ich will ihn nicht opfern. Ich zähle ihn jetzt. Ey. Nein, ruhig. Ruhig. Ja, komm. Ich zähle ihn jetzt in Dilophosaurus. Ah, äh. Das gibt es doch nicht. Weißt du was? Komm her. So. Ich zähle ihn jetzt in Dilophosaurus und lasse ihn mal angreifen. Ich will wissen, wie stark, ähm, der kleine Alpha da ist. Okay. Dilophosaurus ist gezähmt. Ich muss die weiter wegbringen. So, kommt mal schön her. Schön herkommen. Die dürfen nicht angreifen. So, und wir werden das mal kurz klären. Wie stark ist denn der Alpha? Ähm, wir gucken mal kurz energiemäßig, wie das aussieht. 6.161 hat er. Also, wenn der Alpha jetzt nur so, keine Ahnung, 2, 300 abzieht, werde ich ihn fertig machen. Dann würde ich meinen ersten Prime Alpha besiegen. Okay, ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig. Kommen die anderen? Nee, sie kommen nicht. Nur ihr. Okay, los. Sei schwach. Sei schwach. Und? Wie viel gibt der nichts ab? Ähm. Ähm. Ja, dann würde ich mal sagen, hole ich mal einen anderen Dinos. Ich hole mal einen anderen Dinos. Den machen wir doch jetzt fertig. So, ich setze mich, ähm, auf meinen Dilophosaurus. Und ich bring... Stopp, er ist gestorben. Warte mal. Hm. Er ist gestorben. Warum ist er gestorben? Kann da irgendeine Superattacke? Pass mal auf. Er hat 56.000 Leben, also egal, was für eine Attacke das Ding da drauf hat. Er dürfte eigentlich nicht so viel abgeben. Mein Dino lasse ich hier. Ich werde es jetzt alleine mit ihm hier machen. Mein Alpha gegen diesen Alpha. Let's go. Komm schon, komm schon. Oh shit. Okay. Er hat nur nicht getroffen. Der Dodo hat nur nicht getroffen. Er zieht über 1.000 ab, Digga. Egal. Meiner ist aber ausschlag. Meiner zieht auch so viel ab. Alter, Digga. Mein erster richtiger Fight. Alter, mein Dino Juchus wäre auf jeden Fall schnell gestorben. Digga, guck doch das mal an. Das ist ein Dämon, Alter. Komm schon, komm schon. Ich weiß gar nicht. Verlieren die Alpha so geile Sachen? Ich hab schon mal gehört, dass die auch Eier verlieren, wenn man sie tötet. Und dann kann man sich die Alpha ausblüten. Siehst du, wie ich meine? So, er ist gleich tot. Oh, ich kriege, glaub ich, gute Level. Das gibt, glaub ich, sehr gute Level. Komm schon, komm schon. Noch ein bisschen. Ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Und besiegt. Okay, 59 schwarze Perlen. Dann haben wir da noch ein bisschen, äh, warte, warte. Ich hab's nicht richtig gelesen. Irgendwas Alpha. Anziehendheit oder so. Alpha Blut. Und ja, hier. Schwarze Perlen, sehr wichtig. Und sage und schreibe 37 Level auf Dodos Nacken. Okay, ja, natürlich. Ne? Muss einfach so sein. Das muss einfach jetzt mal so sein. Gut. Und, äh, ja, ich hab auch 12 Level bekommen. Muss dazu aber auch sagen, ich hab die XP-Rate, äh, für, äh, jetzt, äh, Menschen sehr hoch gemacht. Da, da das ein OP-Projekt ist und wir, so schnell wie möglich, auf Level 100 kommen müssen. Okay, ja, was mach ich denn hoch? Äh, ich mach mal kurz Ausdauer, Bewegungsgeschwindigkeit hoch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, gut. Okay, ähm, ich werde mal kurz gucken, wie stark jetzt mein Dilophosaurus ist mittlerweile. Ähm, ich rechne so mit... 1400. 1400 Schaden. Und dann, ja, bringe ich ihn zurück zur Base, weil ich will heute nicht nur mit ihnen rumlaufen. Ich will auch mal ein bisschen mit den Dino-Yuchos rumlaufen. Und, ja, dann hab ich schon mal eine heftige Bestie, die so meine Base verteidigen kann. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay, links-Klick! 1351. Fast. Ich hab's fast so gecallt. Okay, ähm... Natürlich noch ein paar. Brauch ich eigentlich nicht, ne? Wir wissen jetzt ja, was er drauf hat. Er ist übel stark. Er kann sehr viel Tupo machen. Ne? Und, ja, das ist also meine neue Bestie. Mein Alpha Dilophosaurus. Wenn ihr natürlich einen Namen habt, könnt ihr ihn auch sehr gerne benennen, ne? Wie schon gesagt. Ihr könnt immer meine Dinos benennen. Wenn es super Namen sind. So, deine Yuchos, komm mit. Ähm, ich bring den zurück und dann gehen wir weiter. Ich wollte ja zum Menschendorf. Ich brauch ein paar Buschmenschen. Und, Leute, was ich gerade gesehen habe, äh, Purple ist ja schon richtig groß. Also mein erster Dilophosaurus. Aber, Dega, der Prime. Dega, der ist ja noch größer. Guckt es euch an. Heftig, Alter. Nice. Okay, ja, euch mach ich auf neutral. Man weiß ja nie, was hier kommt. Ja, ich muss euch draußen lassen. Ich hoffe, dass ihr beide am Leben bleibt. So, und dich nehme ich jetzt mal mit. Okay, ja. Leveln wir bei ihnen nochmal einen Nahkampf hoch. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich die ganzen Menschen zähmen kann. Let's go! So, da vorne haben wir schon den ersten Buschmenschen. Ähm. Hier lasse ich meinen Raptor. Ruhig, ruhig, ruhig. Okay, du bleibst hier. Pass auf. Und ich packe mir jetzt die Menschen. So. Ganz ruhig. Hey, komm her. Hey. Ich komm in Frieden. Hey, ich komm in Frieden. Hier. Hey. Hihihihi. War ja nicht noch ein Mensch irgendwo? Hat sich nicht noch ein Daumen gemacht? Keine Ahnung. Aber. Und du das. Dich werde ich zähmen. Guck mal hier. Hier, willst du Trockenfleisch? Ja, Trockenfleisch. Und hier, nochmal Trockenfleisch. Geil, ne? Hier. So, zack. 42 Prozent schon. Ja, auf jeden Fall stehen sie auf Fleisch. Ähm. Ich hätte mal ein bisschen Fleisch braten sollen. Bären ist, glaube ich, nicht so nice. Leute, ich hätte echt Fleisch braten sollen. Wisst ihr was? Ich geh mal kurz zurück und brate mal kurz ein bisschen Fleisch. Ähm. Ja. Die sollte dann gleich aufstehen. Auch mit den Beeren. Aber ich geh nochmal schnell zurück. Ich brate ein bisschen Fleisch. So, 17 Fleisch habe ich jetzt. Ja, das wird reichen erst mal. Damit es wenigstens ein bisschen schneller geht. Guck mal hier. 401 Fleisch habe ich noch drin. Das lasse ich auch drin. Ich und mein Dino Juchus gehen jetzt erst mal wieder zurück. Und ja. Mal schauen, wie viele Menschen ich mir zähmen kann. Ich denke mal, da kommen ein paar. Da kommen schon ein paar zusammen. So, hoffentlich. Ah, da steht schon der erste Mensch. So, und ja. Mein Dino Juchus lasse ich wieder hier. Und Houndress oder Houndress. Dich auch. Komm mal her. Komm mir mal hier. Komm mir mal hier. Zeige dich. Wir gucken mal. Ist sie hübsch? Ähm. Hä? Warum ist sie denn jetzt nackt? Wo sind deine Haare? Hä? Hä? Ja, okay. Die, 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 die nackte Lady, äh, ist, äh, immer willkommen. Komm. Komm her. Stell dich hier zu. Du kriegst auch von mir Klamotten noch. Ich, ich hatte mich schon gewundert. Wo das so komisch aussah. Okay, komm. Houndress, die nackte Lady. Okay, wir holen uns noch mehr nackte Buschmenschen. Die bleibt da. So. Da ist die Pflanze. Also sehr dolle. Muss ich aufpassen. Ähm. Da hinten sind Menschen. Da hinten. Oh, hier. Hey. Kumpel. Oh, nein. 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 Ich hasse diese Pflanze. Ich hasse sie. Ey, ich könnte, ich könnte natürlich auch jetzt mein Dilophosaurus nehmen. Und angreifen. Aber. Ich habe irgendwie Angst, dass die mich bolern. Und mein Dilophosaurus stirbt von dieser Dreckspflanze. Ach, komm. Scheiß drauf. Es ist ja, es ist ja noch der Anfang. Es ist noch der Anfang vom Projekt und. Er wird schon nicht sterben. Er wird, er wird schon nicht sterben. Komm. Immer ans Positive denken. Okay, hier ist schon mal eine Leiche. Das heißt für mich. Hingehen und besiegen. Oh mein Gott. Okay, es geht, es geht mir noch gut. Mein Dilophosaurus geht auch noch gut. Weg damit. Komm schon. Es hat gerade geleckt. Es hat gerade echt geleckt. Aber. Die Pflanze ist besiegt. Nice. So, ja Mensch. Ach, selbst schuld. Habe ich jetzt eigentlich den Pflanzensamen bekommen? Nee. Hey. Hey, hey, hey. Alles gut. Hacker. Alles gut. Ich mache doch gar nichts. Komm. Ist eine Lady. Ist eine Lady. Okay, dann haben wir gleich eine zweite nackte Lady. Ich gehe nur noch mal kurz weg. Ich werde dich gleich holen. Hey, hier. Hey. Hey. Alles gut. Ich hole schnell mal eine Leiche. Ruhig. Ruhig. Hey, hey, hey. Gut. Ui, ui, ui. Habe ich viele Skins, Alter. Weg damit. Rüber damit. Okay, ja. Hey. Ich hab dich, ich hab dich. Alles gut, alles gut. Beruhig dich. Ganz ruhig. So, sie bekommt von mir jetzt das gute, gegrillte Fleisch. Sie hat selber noch was drin. Ja, moin. Die Hälfte. Gönn dir, gönn dir. Sie möchte mein gegrilltes Fleisch nicht. Was soll denn der Scheiß? Deine Beeren. Na gut, dann würde ich jetzt sagen, ich besorgen jetzt noch den zweiten Mensch. Also wohl eher den dritten, der hier irgendwo rumläuft. Mal sehen, haben sie hier irgendwie so eine Kiste oder so drinne? Nö. Nö, hier ist nix. Schade. Irgendwo hier müssen noch welche rumlaufen. Und guck mal hier, dieser Dodo, ist der eigentlich lieb oder ist... Ja, der sieht nicht gerade lieb aus. Alter, das Zombie-Dodo, Digga. Guckt ihn euch an. Digga, ich bin ja schrocken. Ah, weg hier. Ja, moin. Wer hätte damit jetzt gerechnet, Digga? Einfach, einfach ein Golem hinter mir. Soll ich warten? Irgendwie will ich warten. Hehe. Nein. Okay, ich gehe weg. Wäre natürlich übelst nice, wenn man den jetzt einfach so zähmen könnte, aber das geht nicht. Warte mal. Elite-Dodo bräuchte ich, glaube ich, noch nicht. Oh, Digga. Greift er das Dorf an? Oh, schade. Alles wäre jetzt übelst geil gewesen, wenn er das Dorf angegriffen hätte. Noch so ein Zombie-Dodo, ich muss aufpassen. Prestige. Hä, er liegt? Ja, ne? Habe ich gesagt, ich brauche keine Elite-Dodo? Ich brauche eine Elite-Dodo. Gut. Der hier macht mir nur Sorgen, Alter. Und dieser Speer, ihr müsst mal überlegen, Alter, den habe ich zum Anfang hinbekommen. Und so nice ist der. Kann ich das Ding da zähmen? Ich könnte jetzt ja meine Pfeile mal ausprobieren. Ja, komm, ich mache es einfach mal. Digga. Ich habe ihn doch getroffen, oder nicht? Und? Ich weiß nicht, wie gut die sind. Ich habe kein Binokular oder sowas. Aber wie die gut sind, die jetzt. Komm mit. Und? Zack. Ja, ich glaube, so gut sind die gar nicht. Komm schon. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht, wenn ich das Ding jetzt haben würde. Alter, 480 ziehe ich damit ab? Das ist auf jeden Fall nicht vier schwache Dinos. Komm schon. Er läuft, er läuft. Man kann nicht ziehen. Man kann nicht ziehen. Ja, nice. Leute, ich habe gleich ein Zombie-Dodo. Mit einem Zylinder. Ja, Leute, keine Ahnung. Irgendwie funzt das nicht. Aber mir ist aufgefallen, ich hatte noch eine Poison-Pike. Eine Alpha-Poison-Pike in meinem Inventar. Okay, ja, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Hä? Er liegt jetzt... Okay, wartet mal. Das sind ja zwei verschiedene. Den kann ich wahrscheinlich zähmen. Den aber nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss was essen. Ich muss was essen. So, hier gönne ich. Gönne ich. So, auf jeden Fall. Mein Dodo, den ich down gemacht habe, ist weg. Ich denke mal, der ist instant aufgestanden. Da ist er ja. Hier. Der war das, ne? Elite-Dodo. Ja, hier. Zack. Okay. Die Poison-Pike ist auf jeden Fall nicht schlecht. Nehme ich den gleich mit. Komm her. Und. Zack. Gut. Ich sammle mal kurz ein paar Bären. So, ich glaube, das müsste gleich schon ausreichen. So. Ich gebe mal rein. Essen die das überhaupt? Wir gucken mal. Ja doch, die essen das. Ah, die stehen sehr schnell auf. Da muss man aufpassen. Aber kein Ding. Dann bleibe ich kurz hier. Dann zähme ich mir halt diese beiden Dodos. Komm mal hier. Hä? Nein. 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 Digga, ich habe sie gar nicht gesehen. Sie kamen aus der Erde. So, zack. Zack. Du kriegst diese Bären. Uh, der Zombie-Dodo kommt. Scheiße, der Zombie-Dodo kommt. Ganz ruhig. 50% ist bei denen schon. Gleich 60%. Wie sieht es bei dir aus? Ja, da dauert es noch ein bisschen. So, wo war denn jetzt die Frau? Hallo? Leute, hier was zu finden. Hier was zu finden. Ich stehe einfach auf sie drauf. Hier was zu finden, wollte ich gerade sagen. Ähm, hier, gegrilltes Fleisch. Hat sie sogar noch von mir. So. Ein Dodo steht. Nice. Ein Elite-Dodo. 789 Level. Kann man mal eben so machen. Nein, nein. Oh Gott. Oh Gott. Beruhig dich, Digga. Ganz ruhig. Und ja, ihr seht es richtig. Ich kann darauf schon reiten. Ganz ruhig, Digga. So, wenn der Dodo gleich steht, werden wir mal kurz beide ausprobieren. Mal sehen, wie stark sie sind. Und ja. Dann vielleicht noch ein paar Menschen zähmen. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Jawohl, Eddie. Wo ist sie denn schon wieder? Ah, da. Man sieht sie so schlecht, Alter. Hä, sie will aber nichts essen. Komm, ich lasse das. Guck mal hier. Taming Potion. Zack, rein damit. So. Ja, gut. Jetzt ist sie. Und ein anderer Elite-Dodo ist auch gezähmt. So, sie müsste auch gleich aufstehen. Extra eine Taming-Pause für einen Hacker. Naja, was soll's. Aber guck mal. Sie sieht normal aus. Komisch. Passiv. Und 716, 789. Nice. Okay, kommt. Wir gehen erstmal wieder zurück. So, wie stark ist er? Links-Klick. Links-Klick. 200. Ist ganz gut. Da kann man nicht meckern. Also, Leute. Das ist also mein Elite-Dodo. Rechts-Klick. Also, links-Klick hier. C, X, S, D, G. Mehr kann er nicht. Aber sie sind auf jeden Fall schön. Und ja, natürlich, wie schon gesagt, könnt ihr sie auch sehr gerne benennen. Mitkommen. So. Irgendwie, irgendwie reicht mir das noch nicht. Das reicht mir noch nicht. Es ist immer noch zu wenig. Es ist immer noch geil, ne? Wieso wurde sie nackig? So, du bleibst auch hier. Wir werden jetzt, äh, wir werden jetzt, äh, noch den erzählen. Komm. Aber ich weiß nicht. Guck mal, ich hab ja diese Poison-Pike, ne? Und ich hab noch eine gefunden. Und zwar die hier. Und ich weiß nicht, welche besser ist. Ich denk mal, die hier, ne? Alter, wie er guckt. Okay, Zombie-Dodo. Ein Elite. Ja, wir wissen. Wir wissen, glaub ich, welche besser ist, ne? Auf jeden Fall. So, ich habe wieder Hunger. Ähm, ich hatte doch noch... Ich hatte gegrilltes Fleisch. Es ist weg. Egal. Gern nicht mehr ein paar Bären. So. Ein Zom-Dodo. Ist der auch Fleisch? Ist der normale Bären? Er isst normale Bären. Gut, zähl mich den. Mir fällt gerade auf. Warte mal. Ich glaub, ich hatte hier irgendwo noch einen Menschen liegen, ne? Kann das sein? Ich hatte hier, glaub ich, irgendwo noch einen Menschen... Ne, oh Gott, das ist Mugi. Hatte ich... Da hab ich ihn doch. Ich wusste, irgendwo hier hatte ich noch einen Menschen liegen. Hier, Mejo Berry extra für dich. 14%. 28. Okay, sie stehen auf jeden Fall auf Mejo Berry. Gut. Mensch, steht gleich. Dann hab ich drei Frauen. Ja, ich denk mal, ist ganz gut. Ist ganz gut. So. Zombie-Dodo auf jeden Fall noch. Mega geil, Alter. Guckt ihn euch an. Tega. Zack. Heftig, Alter. Er sieht so geil aus. Er wird so der Anführer sein. Mehr Dodos brauch ich heute da nicht. So. Mein Zom-Dodo ist gezähmt. Schneller als meine Frau. Komisch. 85%... Ah, haha. Gut. Okay. Und da jetzt die Frau auch steht, würde ich mal sagen, ich bring sie zurück und wir probieren. In hier aus, Digga. Er sieht so geil aus. Komm mit. Alter, er ist schnell. So, komm her. Beil dich. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Komm her. So. Drei Buschmenschen. Drei Frauen. Letzte Folge hat es ja nur Männer gehabt. Und jetzt noch mal der Elite Zom-Dodo. Erst mal. Ja, Leben sieht jetzt nicht ganz so gut aus. Wir machen trotzdem erst mal Nahkampf. Komm, Leute. Jetzt ja 10.000. Nein, keine Ahnung. Aber mal... Ach so, erst mal gucken. Rechtsklick. Linksklick. C, X, S, D, G. Okay, okay. Er kann schlagen. Ja, 125. Digga, wollte er mich beißen? Der will mich beißen? Was war mit ihm falsch? Na, moin. Ich kann ihn nicht abbauen. Ich kann ihn nicht abbauen. Ich muss das kurz so machen. Auf jeden Fall. Er ist jetzt nicht der Stärkste, ne? Aber er sieht übelst geil aus. Also, er sieht wirklich übelst geil aus. So. Okay. Also. Wir haben jetzt drei Frauen. Drei Elite-Dodos. Davon einer ein Zombie. Mein Alpha. Ähm. Irgendwie reicht mir das noch nicht. He-he. Und die Melodie geht mir übelst auf die Nerven. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Äh. Guck ich noch mal? Ja, komm. Wir gucken noch mal. Was läuft denn hier noch rum? Oder, wisst ihr was? Ich bring erstmal, glaube ich, alle zurück zur Base. Komm. Wir bringen erstmal alle zurück. Sicher ist sicher. Sicher ist auf jeden Fall sicher. Ich bring sie mal kurz zurück zur Base. Und dann gucken wir noch mal, was da hinten so rumläuft. Eine Sache will ich mir noch zähmen. Uh, Leute. Ähm. Vor meine Base ist hier so eine kleine Hütte von den Bus-Menschen. Und wieder ein kleiner Boss. Scheiße. Scheiße, ey. Wo sind meine Menschen? Eins, zwei, drei. Passt. Da muss ich aufpassen, Alter. Okay. Ähm. Da rechts haben wir noch einen Dilophosaurus, den ich noch nicht kenne. Ruhig, ruhig, ruhig. Dilo, jetzt nicht angreifen. Nicht angreifen. Nein. Nein, nein, nein. Nicht machen. Ruhig, 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 Leute. Ruhig. Passiv. Nicht machen, nicht machen. Wir brauchen jetzt Unterstützung. Wir können jeden Gehilfen gebrauchen. Okay. Purple, nimm mal Abstand. So. Den nehme ich noch mal mit. Ähm. Ja, hier. Nimm die Hälfte. Das reicht. So, dann. Wen haben wir denn hier? Ist das wieder so ein Alpha? Was denn, was ist das denn? Eine Elite. Okay, eine Elite habe ich noch nicht. Also, den behalte ich. Eine Elite, die Dilophosaurus. Habe ich noch nicht. Gut. Der steht schon wieder. 733 Level. Oh, Purple. Der Dilophosaurus ist eigentlich sehr stark. So, und der steht auch. Ein Elite-Dilophosaurus. Mal sehen. Kann da irgendwas Besonderes? Rechtsklick. Linksklick. C, X, S, D, G. Okay, einfach nur Elite. Bitte. So. Aber er sieht schön aus, ne? Also, muss man sagen, er sieht schön aus. Er leuchtet bestimmt auch im Dunkeln. So. Alle mir folgen? Alle beruhigen. So, und jetzt, würde ich sagen, machen wir uns bereit. Ich weiß nicht, ob ich ihn schaffe. Digga, guck mal, wie riesig der ist. Alter, wie riesig der ist. Okay, ich hoffe, dass mein, äh, mein Alpha gegen den gewinnt. Hier habe ich ihn. So. Alle auf Passiv. Ihr sollt nicht sterben. Ruhig, ruhig, ruhig. Okay, Leute. Das kann ja was werden. Und? Let's go. Ich zieh tausender Fass ab. Oder ja? Zeh tausend. Nein. Nein. Ich bin gleich down. Digga, der. Irgendwann hat sie 10.000 ab. Da muss ich ganz schnell los. Oh, mein Dino war fast down. Holy shit. Oh, Rucksäcke werde ich gleich mal klauen. Digga, der muss sich weglocken. Und hier liegen alles Rucksäcke. Nein, 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 nein. Neutral. Neutral. Ich habe neutral gepfiffen. Gut, gut, gut. Nein. Oh, mein Gott. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt angegriffen werde. Kann es sein? Bitte nicht, bitte nicht. Oh, er ist nicht da. Alles gut. Leute, ich muss den Dilophosaurus da weglocken. Der muss da weg. Hey. Nein, nicht den Triceratops. Gut. Komm her, komm her. Ach, wartet mal. Der macht ja gar nichts. Auch wenn ich absteige? Er macht gar nichts. Er ist lieb. Alter Digga, guck mal, wie riesig der ist. Okay, ja, nee. Den lasse ich dann da. Ja, gut, wenn er nichts macht. Ne? Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber okay. So, ich sammle meine Leiche ein und die ganzen Rucksäcke. Und dann gehen wir nochmal nach hinten. Okay. Ähm. Wie schon gesagt, da der nichts macht, lasse ich ihn dann leben. Wo er, er lässt mich am leben. Aber. Jetzt gucken wir mal kurz was. Ich habe nämlich noch eine Idee. Also bevor ich nochmal da hinten hingehe, ich habe eine Idee, die ich nochmal ausprobieren möchte. Denn. Hä? Jetzt, jetzt sind sie alle nackt? Sie sind alle nackt? Okay, ist egal. Äh, komm, komm mal her. Komm mal her, E3. Ja, Dodo, du bist auch hübsch, aber dich meine ich eigentlich nicht. So, dich bringe ich mal kurz wieder zurück. Ich habe nämlich noch ein paar Moogies. Und. Ich will gucken, ob die Frauen auch mit Moogi rumlaufen können. So, okay. Also. Ruhig, ruhig, ruhig. Als allererstes sie. So, wir gucken mal. Moogi, Moogi, Moogi ist hier. Oh, es geht nicht. Ey, das wäre übelst nice, aber es geht nicht. Ja, und. Sie bekommen von mir auf jeden Fall noch was zum Anziehen. Also keine Angst, ich lasse sie nicht nur nackig rumlaufen. So, also. Die Ausbeute heute schon mal. Sehr gut. Und jetzt geht es weiter. Ich ziehe mich an. Und dann gucken wir mal, was da noch so rumläuft. So, ich bin bereit. Und jetzt würde ich mal sagen, mal schauen, was ich noch so finde. Ich hoffe, was gut ist. Ja, und den Prime Alpha, den lasse ich hier. Er gehört jetzt mit zur Familie. Er beschützt mich. Denn mich greift er halt nicht an. Wo war denn jetzt hier der Golem? Ah, ich habe ihn schon gesehen. Ich will noch mal Hallo sagen. Ich weiß, ich finde Golems so nice, ne? Das hier ist da, ne? Irgendwo hier. Bin ich vorbeigegangen? Hier? Irgendwo hier. Hallo? Hier? Ah, da ist er doch. Hallo? Ich weiß nicht, ich finde, die sind so nice aus, ne? Ich will Broly wieder haben. Aber ich habe noch keinen Lava Golem hier gesehen. Okay, ich muss weg. So, was haben wir hier? Revenger? Brauche ich nicht. Da war ein Skelett Stegosaurus. Und ganz viele Rucksäcke, die ich natürlich mitnehmen werde. Ey, Leute, ganz ehrlich. Ich habe jetzt überall geguckt, ne? Ich finde einfach nichts. Also hier in meiner Nähe. Deswegen, ich bin gerade genau neben meiner Base. Ihr wisst, glaube ich, was jetzt kommt. Erstmal Passiv. Und ja, ich nehme mir ein Stegosaurus mit. Warum denn nicht? Oh, die Melodie, Alter. Ich dachte gerade schon. Okay, down. Was wolltest du denn gerade machen? So. Du bekommst Bären. Dich nicht besitze. Ich muss mal kurz Bären farmen. Okay. Das nehme ich von dir weg. Und du bekommst von mir jetzt diese Bären. Und diese Bären. Die Major Berries. Und das reicht nicht. Okay. Der braucht ein bisschen länger. Kriegt auch noch das hier. Und das hier. So. Gut. Ja, dann gehen wir zurück. Also in der nächsten Folge wird der hier stehen. Oder vielleicht doch am Ende. Ähm, ich würde sagen, ich stelle mal kurz die Musik aus. Und dann gehen wir ganz entspannt in mein Haus rein. Und mal schauen, was wir so bauen können. So. Schon viel angenehmer. Und ja, ich habe schon mal geguckt, was ich so bauen kann. Und eine Sache habe ich gefunden, die ich jetzt heute noch bauen kann. Und zwar. Einen kleinen Stein. Den hier. Wenn man den irgendwie ausrüstet, soll das Speed vom Dino auf jeden Fall höher sein. Das will ich mal ausprobieren. So. Okay. Ähm. Wir nehmen, glaube ich, den Dano Juchos. Weil das ist das Schnellste von mir. Wir gucken mal, wie schnell er so ist. Wartet. Mal sehen. Er ist. Ja, ich sehe ihn ja selber, ne? Ganz gut. Ruhig, ruhig, ruhig. Den nehme ich nochmal mit. Eternal Jeboah. Digga, dass ich ihn nochmal sehe. Bitte sterbe nicht. Bitte sterbe nicht. Und? Ja. Ja. Geschenk des Arkgottes. Wieder Gutmachung. Ja, wir machen gleich weiter mit den Steinen. Ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig. Ich habe wieder keine Bären. Ah, hier. Was hat... Ah, Kokosnüsse. Okay. Es steht auf Kokosnüsse. Wisst ihr was? Die nehme ich mal die Hälfte weg. Und davon die Hälfte. Und so lassen wir das. Und Jebby habe ich mir auf jeden Fall wieder zugelegt. Den Eternal Jebby. So, aber jetzt... Ihr habt ja gesehen, wie schnell er ist, ne? Jetzt packe ich mal diesen Stein rein. Den hier. So, jetzt gucken wir mal. Muss ich irgendwie... Ausrüsten? Zack. Ah, okay. Und jetzt? Ich glaube, ich habe mir das Ganze ein bisschen anders vorgestellt. Oder falsch? Ich habe es falsch gelesen. Ey, erst langsamer. Was soll denn das? Ich habe es echt falsch gelesen. Ich habe es falsch gelesen. Aber schneller werden sie langsamer. Für was brauchen wir diesen Scheiß? Hä? Okay, wartet mal. Der Stein ist doch nicht schlecht. Denn ihr wisst, wenn man einen übel schnellen Dino hat, der übertrieben schnell ist, und man fliegt einfach mal durch die Map, dann leckt es total. Und dafür ist dieser Stein doch echt gut. Aber, ja, bei dir ist er gerade nicht so gut. Deswegen nehmen wir ihn mal ganz schnell wieder weg. So, okay. Jetzt will ich nochmal gucken, was wir heute uns so zugelegt haben. Auf jeden Fall den kleinen Jabby auf meiner Schulter. Den Elite-Jabby. Dann haben wir, ähm, die drei nackten Ladies. Den Alpha-Dilophosaurus, der stärkste von mir. Elite-Dilophosaurus, Elite-Som-Dodo, zwei Elite-Dodos. Wen haben wir denn noch? Und hier zu guter Letzt einen normalen Dilophosaurus, der nur halt ein bisschen größer ist. Okay, Leute, aber ich würde sagen, hier beenden wir die Folge. Und, ja, ich sag mal, so für die dritte Folge ist das doch ganz gut. Zweiter Tag in Amisa. Ähm, mal sehen, wie es weitergeht. Ihr wisst ja, in Amisa drehe ich immer ein bisschen mehr auf als sonst und zählen wir auch ein bisschen mehr, ne? Okay, jetzt bleibt nur noch zu sagen, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und einen Kommentar. Und ciao. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.